Einen schönen guten Tag und einen herzlichen Gruß aus dem Schulleitungsbüro der Gretel-Bergmann-Schule. Wir haben uns entschlossen, eine kleine Videosequenz sowohl auf die Homepage als auch auf Instagram zu schicken, um euch daran zu erinnern, dass ab nächsten Montag die Schule wieder losgeht. Die Lehrerinnen und Lehrer sind bereits seit heute wieder in der Schule und bereiten das Schuljahr vor. Aber haltet nach mir Ausschau, ich bin eure neue Schulleiterin und freue mich genau wie das Kollegium darauf, dass wir mit euch gemeinsam in das Schuljahr 2022-2023 startet. Nutzt noch die heißen Tage, macht das, was ihr am liebsten macht, aber ab Montag geht die Realität wieder los. Aber auch mal was Schönes, es waren ja auch lange genug Ferien. Also bis dann, haltet die Ohren steif, kommt gut durch die Hitze und wir sehen uns. Tschüss!